Ja, und es geht jetzt weiter. Ja, sorry, es ist jetzt normalerweise dieser fünfte Part hier. Oder, nee, Quatsch, der vierte Part. Nee, der fünfte Part, doch, der fünfte. Und leider ist irgendwie da der zweite zu dritte geworden, weil irgendwie Stream-Problem war. Aber jetzt geht es wieder. Und, ja, deswegen, ja, verzeiht mir diesen Ausrutscher. Kommt mal eben halt vor, dass was passiert. Und, naja, es geht auf jeden Fall weiter. Damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. So, genau, jetzt müssen wir ja dorthin unsere Quest abgeben. Jawohl. Ja, denn das Vieh brauchen wir ja. Ja, klar. Was für ein Vieh? Das? Oh. Ah, das Vieh, was dort gerade tot umgefallen ist. Ah. Das Wolle. Sind wieder zu viele Leute unterwegs? Was? Sind wieder zu viele Leute unterwegs? Wolle, Wolle, gib mir deine Wolle. Achso, das. Ja, das ist geschissen. Ja, das ist nur noch ein einziger, fehlte uns. Also mehr. Dann kriegen wir den jetzt hier. Nee, jetzt bohren halt irgendwie. Ist auch scheiße. Wir belassen sowas. Ja. Mir fehlt. Wir fehlen zwei. Oh. Ich hab eins von drei jetzt. Warum auch immer. Nein, ich sehe hier, dass wir vorher schon welche gekillt haben. Ja, wir haben die auch gefüllt. Ja, eben. Wir haben doch schon zwei gehabt. Sag doch, wie du schon sagtest, Dailys. Hey, Dailys. Dailys. Dailys sind scheiße. I believe I can fly. Nein, bezweifle ich sogar. Ich brauch jetzt auch Wolle. Nee, mal bitte jetzt spawnen hier. Wenn die Bitches mal bitte spawnen. Ich hab euch ein gutes Bild geschickt in WhatsApp-Gruppen. Oh. Okay. Wir sind jetzt bei der Arbeit oder was? Nee, Alter, das ist assi, Alter. Einer ist schnell vorbeigefahren. Foto gemacht von dir. Genau, und dann was zur Essen wahrscheinlich wieder zurück. Äh, nein. Ich hab keinen Bock auf Bar. Heute. Nix. Eins, zwei, drei. Aber da ohne Mac auslachen. Ja, Mac auslachen. Nee, Mac auslachen gibt's nur Mac. Das schafft ein Burger King. Okay. Dann gibt's halt nen Big auslachen. Oder den King auslachen. Ja, aber wenn wir mal jetzt... Boah, ich füge die weg drüber, Alter. Okay, bei dem Big. Genau, und dann was zur Essen bestellt und wieder zurück. Äh, nein. Ich hab keinen Bock auf Bar. Hier, hinter uns, hinter uns. Hier, rechts, rechts, da. Ich bin dafür, dass wir... Ich denke, dass wir mit meiner Mutter hier im Auto fahren, ne? Warum? Weniger Spritverbrauch. Kalt klar, wo du bist. Hast du nen Diesel oder was? Nee, aber nur ne, äh, ein Liter-Maschine. Ah, okay. Verbraucht einfach mal 5, 5 Liter auf 100 Kilometer. Hab ich nicht bekommen. Ja, aber nicht. Können wir machen. Ich bin doch flexibel. Flexibel sein. Oh, ja, kommen jetzt die ganzen Tränen. Ach so, ist ein Fade. Mit meinem ist teuer. Sound muted. Hinter uns, hinter uns, hier, rechts, rechts, da. Ich bin dafür, dass wir, äh, ich denke, dass wir mit meiner Mutter hier im Auto fahren, ne? Warum? Weniger Spritverbrauch. Hast du nen Diesel oder was? Nee, aber nur ne, äh, ein Liter-Maschine. Ah, okay. Verbraucht einfach mal 5, 5 Liter auf 100 Kilometer. Hab ich nicht bekommen. Ja, aber nicht. Können wir machen. Ich bin doch flexibel. Ja, aber nicht wahr da hin. Oh, ja, kommen jetzt die ganzen Tränen. Ach so, ist das. Ich finde es scheiße, dass nur der, der am ersten drauf schlägt, das bekommt. Oh, ha, was ist das, was da hinzufinden? Ja, aber ich war da hin. Okay. Warten wir mal. Sound muted. Sound resumed. Sound muted. Sound resumed. Ich finde es scheiße, dass nur der, der am ersten drauf schlägt, das bekommt. Oh, ha, was ist das, was da hinzufinden? Okay. Ich weiß nicht, wie ich war da hin. Okay. Warten. so jetzt müsse es vom sound her passen angreifen und einfach killen wenn es uns einfach nichts bringt definitiv schneller auf dem fliegen ja gut dass das team gewinnen würde ich gehe mit der hat sogar gewonnen 5 und timo kein flasher auf der braucht nicht mal richtig so gut wie gar nichts leider hatte ich als erstes alle dann warten wir warum lasst doch mal die menschen ausreden jetzt jedes mal ins wort macht ihr was für den dark night das ist das einzige was mich momentan interessiert dazu gibt mal gas noch ein test ja wir haben jetzt zwar zeit dass du gas gibst erzähl mir was über den dark night wenn du soweit bist dann gehen wir wieder rüber da kommt der nächste vielleicht schon dass du das so genau weißt da in der führung der technik stets verobachtung von sparen der hat auf jeden fall eine technik stets aber ich habe wirklich nur mit dem wirklich rein auf dd gehen das nicht schade das wäre awesome nä nichts für tanker nur für der war mein elfteil der menschen da als hat cool so wie mein penis zum beispiel der dräumer alle uns angucken wenn du die dark night wenn du die dark night als der menschen da haben willst dann spiele final fantasy 11 weil da hast du den da hast du den dark night da hast du den dark night als der menschen da lol und trotzdem ja mann wir müssen da viel mehr machen ich will auch den krieger zb haben mit der dicken leute axt doch viel cooler aber an diesem spawnpunkt ist ein kleines der krieger soll ja irgendwie so einen geilen buff haben wo der mehr auf crit gehen kann ja habe ich muss zwei kann ja nicht jedes bisschen besser angleichen können ein bisschen als immer weil wir es jetzt haben die er wartet nicht auf uns ja er ist immer so ein soloplayer als alles wegbringen da hinten die Wende so tauschen das ist am Räden zu spielen als der Mischewer er war er auf der Erkennung aber ist das was du aber auch im Samurai geben und dann holen okay okay was eigentlich unser Hauptsteller in wo ist am Arsch bis nach der Warnische Vorland da müssen wir hin als nächstes Ich hab immer noch Freundschaftssignale, die ich abzunehmen habe. Wer hat jetzt irgendwas über den Samurai gelabert? Ich. Keine Ahnung. Ja, was wolltest du sagen damit? Im öffnen Teil war der Dark Knight, äh... Ach quatsch, der Samurai-Tank. Der Dark Knight halt die die, wie ich schon gesagt. Jetzt werden die das wohl möglich wohl tauschen. Der Dark Knight eher der Tank ist. Und dass das Samurai dann damage-leader wird. Wird doch eh noch ewig dauern, bis der lang kommt, oder? Ja. Weil es kam ja schon eine asiatische Klasse raus, und das ist der Ninja. Ey, das ist echt nicht wahr. Was würde trotzdem passen, wenn der nächste einfach auch wieder eine asiatische Klasse ist. Das ist wieder eine Klasse? Macht ja Sinn. Ja. Aber was könnte noch dazu kommen? Ich nichts. Ja. Afrika? Ja. Was, ne? Afrikanische. Äh, was? Ich glaube, welche Drogen nimmt ihr eigentlich? Ja, die kommen immer auf irgendwelche komischen Sachen immer. Da musst du dir nicht so überdenken. Ja. Asiatische Klassen. Ja, ist doch so. Das sind keine asiatische Klassen. Äh, was gibt's noch, was noch ans Klasse kommen könnte? Bitte was? Wie soll ich das Ding denn steuern? Hm. Was noch passen würde, wär der Blau oder der Rotmagier. Ja. Ja, okay. Das macht, äh, was haben die gemacht? Was haben die? Hm, die konnten Sachen kopieren und alles. Okay, das wäre vielleicht auch okay. Haha, geil. Hahaha. Yeah. Hm. Also der, elfte Teil hatte ja auch, äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Klassen gehabt. Anstatt jetzt 14, 14 hat er echt wenig Klassen. Ja. Aber das kann sich ja alles dennoch ändern in den kommenden Patches. Hallo? Ja, Ninja haben sie ja auch dazu gemacht, also von da haben sie aber noch. Ja, ich hab den Ninja auch, äh, beim elften Teil als, ähm, main gehabt. Äh, der Geomant. Der Geomant wär auch ne, äh, ne Sache. Ich bin ahn, auf jeden Fall längst. Ähm. Ich kann fliegen. Geh hoch. Geh hoch mich. Der Geomant. Na, das wird ja gleich mal hergegeben. Samurai. Ich bin nie so ab. Ich hab die maximale Flughöre erreicht. Der guck mal her. Krass. Ach, was? Ja, was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ou wie cool. Ach du Scheiße. Oh, du Scheiße. War der Drachen oder der Drangune oder was? Was anderes? Ja, glaube ich. Dann landet er auf den Boden. Wie cool. Also, ja. Du kannst die rutschen. Bei Final Fantasy 11 gab es sechs Anfangsberufe, Krieger, Weißmagier, Schwarzmagier, Rotmagier, Dieb und Mönch. Die konnten, dann kamen ja die anderen, wie Paladin, Dunkelritter, Bastienbändiger, Bade, Jäger, Samurai. Danach kamen eben halt auch noch Ninja, Dragoon, Beschwörer, Blaumagier, Gelehrter, Tänzer, Puppenmeister und Freibeuter. Das ist so geil gerade. Puppenmeister gibt es auch. Ja. Ohne Scheiß. Ist sogar interessant. Erinnert mich doch irgendwie direkt an Naruto. Weil wenn du hier auf der Seite, auf der Seite kannst du auch selber die Kassen alle anschauen. Vor allem die ganzen, allen Gesamt Final Fantasy Teilen. Man kann nicht auf einem Schokomoppe fliegen. Vielleicht noch nicht. Ja, aber es geht nicht. Ja, Puppenmeister, Freibeuter gab es auch noch. Da wurde es wahrscheinlich der Marginist gewesen, oder? Ja, wohl. Kann man nicht draufstehen, seit es nicht vorhanden. Ja, gerne. Da bist du irgendwo ganz hoch. Ja, war gerne. Ich bin doch hinten am Dings. Aber das mit dem, äh, mit dem Puppenmeister. Ja, ich stelle da hinten noch. Du kannst den Punkt sogar anvisieren. Ja, der war auch sehr cool. Du konntest halt auch so, konntest eben halt so Manipulationssachen halt so, so Psycho-Meister irgendwie kann man sagen. Warte, da, da, stopp, 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 stopp. Wenn Puppenmeister oder Besten-Bändiger noch dazukommt, werde ich vielleicht wieder anfangen, weil Besten-Bändiger ist so Hunter-Style wahrscheinlich. Ja. Ja, das wäre so eine Sache. Dann würde ich für Ventola auch wieder anfangen. Oder wenn das Amorei kommt, was weiß ich. Ja, das dauert ja noch. Ja, das ist das andere Problem. Okay, und jetzt mit dem Choco-Moppe fliegen, okay, das wird episch. Geht nicht, geht nicht. Und Yoshi meinte auch, der hat vor, vier Add-Ons rauszubringen. Das erste ist jetzt, das kommt ja raus. Und dann sind noch drei noch ungefähr geplant, bis irgendwann vielleicht ein neues MO kommt oder keine Ahnung. Also im Prinzip bist du 5.0 oder wie? Oder 6.0. Ja. Wo soll das jetzt nicht gehen, das ist wahrscheinlich egal. Beziehungsweise ne, die gehen ja eh, also wird schnell so. Ja, Yoshi hat erst mal so weit den Vorausgedanke genommen, dass er erst mal vier Add-Ons wird. Und dann wird man ja sehen, wie weit noch Final Fantasy 14 leben wird. Weil die denken, ich denke mal, die werden irgendwann halt ein neues MO oder sowas machen. Wenn irgendwann 16, 17 oder 18 oder so draußen sind. Aber man weiß ja, man weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, wie die Zukunft von Final Fantasy selber noch wird und so, ne. Ja. Ja, wenn sie das Remake gut machen, dann wird's richtig geil. Da wird man ja auch irgendwann. Kommt man aber auch nicht zu zweit gehen. Das ist schade auch. Ja. Vielleicht später mit dem Drachen. Ah, warte, wir müssen ja direkt hier bleiben. Das ist eigentlich so ne Sache von Square Enix. Ja, das ist eigentlich so ne Sache von Square Enix. Ja, soll ja auch kommen. Ja, dann denke ich, das wird das 7er Remake auch auf PC kommen. Abgehoben. Geile HD-Grafik, Alter. Ich hätte es aber wirklich. Ja, das kommt aber auch raus. Nein. Es wurde ja erst gesagt, erst PS4 und dann hinterher kann es trotzdem für PC noch rauskommen. Ich glaube, das ist für Xbox One auf jeden Fall. Weil beides hier im Prinzip dann Windows 10 hat. Abgehoben. Boah, sowas schon. fachlos. Ja, die Kugel. Warte, die Gärtner nicht einer offensichtlich. Hab die Gärtner nicht alle schon, ne? Ich habe keine Gärtner. Nein, das ist das? Das ist zu viel? Ich habe ja nicht. Ich habe keine Gärtner, das ist, aber hier gewertet die Gärtner um ab wann kann ich die nächste dritte Prozent aber ein paar 50 und dann 54 ab dem ein treuer geführt haben er ja die habe ich das da müssen jetzt wieder hin ich kann eben die ganze Zeit haben ja stimmt warte wo bist du mit dem fliegen wird jetzt krass weil wir immer höher ich soll einfach ihr links jetzt lang oder nicht erst harmonisieren den rand oder willst du sowas von egal ich bin ein waschechter solospieler hin ähm best dann müssen wir nachher nur noch diese stelle oder vielleicht nur noch das geile ist dass man damit auch übelst gut handen mhm wenn man schnell runter will finde ich am geilsten kann man sowieso einfach nur auf die schokobudden kannst du es in der luft fliegen lassen ja du kannst einfach so in der luft stumpf stehen also du kannst es in der luft rufen einfach wenn du fällst zum beispiel ne das nicht das nicht geht leider nicht langweilig faden faden ja joh jetzt schon du gehst immer zu rinjan oder ich gehst jetzt auch nicht ich zieh euch an ich bin schade dass man den schokomopfel nicht benutzen kann vielleicht kommt das ja auch das sollte eigentlich so sein so wie das collector's edition's vielleicht wird das auch unter freigeschaltet probier es jetzt mal selber bei den begleitern stimmst du ein flugsymbol der weise wenn wer fliegen kann es gibt ja das begleitermenü irgendwo werden die wahrscheinlich noch freigeschaltet reit hier verzeichnet sorry ok ich geh mal weiter seuergefährte keine ahnung wo du bist aber ich müsste Ariman auch fliegen können ja wir könnten naja eigentlich schon na jo sollen da uns ein scheiß geschützt neu beschwören dauert lang oder ist es gleich da gleich da aber es ist man muss mal dran denken wenn man gerade am fighten war weitergelaufen ist und ich denke doch so gern nach beim spielen denken was ist das eigentlich denke ich sowieso gerade wenig im leben wer braucht doch auch schon was denn wollte jetzt diese zähne kannst du nicht überspringen krass oder das denn ich bin auf diesem schiff hier gerade karte frei machen komplett soo werde voll auf progress gehen ey ich bin hier ne ja ich mach mal die karte frei dann fertig ja du ach so ja ok ja warte dann guck mal ich wollte nur gucken was hier oben so ist die steuern macht mir aber richtig spaß am pc hat echt Patrick da ist was gefallen oh mein god es ist seine hoffnung die hoffnung ist aber noch heil geblieben weil das war ein schockenglas irgendwie harmonisiert sich das hier nicht ist das westliches hochland richtig ey kann man auslassen oh no das ist doch mal harmonisieren Alter was ist heute hier im TS los hier drehen ja hier am Rad hier ich krieg hier zu viel man voll hyperaktiv man wie viel energy gesoffen oder was wie viel energy gesoffen hier bestimmt kriegst du hier dieses Alter wieder so total hyperaktiv ohne scheiß sonst ist es gar nicht so ich bin eigentlich müde aber ich bin jetzt voll hyperaktiv ja wer geschrien was hab ich denn hier noch eigentlich mich aber ist egal das einzige was noch fehlen könnte wäre da unten aber das bezweifle ich das hier oben standen warte hier schon ja da haben wir auch keinen plan oh ein P oder A noch bin mir nicht sicher deswegen sag ich ja kann nur noch das hier unten schick mir ein foto von deiner map ja das kann nur der aus hier sein ein Tyrannosaurus ja ich geh mal kurz was zu trinken der Sauron ja passt schon ich bin beschäftigt die Story hier durchzuspielen hab sie na wo gehen wir als nächstes hin da merkt man da merkt man dass ich echt Solo bin ist so aber es ist mir egal ich bin schon vor hat gelesen man ich bin fast 51 na diese scheiß Balken ey pfff ist der Balken jetzt wieder gelb oder was ne der blau der ist bei mir die ganze Zeit nur blau immer nur aber ich bin kurz vor Level ab und dann wo muss ich jetzt hin wo muss ich jetzt hin ich bin jetzt wieder total irritiert wo muss ich jetzt hin hier muss ich keinen ansprechen ne da ok ok